Nachdenkseiten Die kritische Website Fake News von Tagesschau und Baerbock Russischer Terrorangriff auf Marktplatz von Kostin Zinjivka war laut New York Times wohl ukrainische Rakete Von Florian Warwick Am 6. September 2023 schlug eine Rakete auf den Markt in Kostin Zinjivka in der Oblast Donetsk ein und tötete mindestens 16 Zivilisten, Dutzende wurden verletzt Der ukrainische Präsident, der zu diesem Zeitpunkt gerade US-Außenminister Blinken empfing, machte umgehend Russland, die Unverschämtheit des Bösen, dafür verantwortlich Die ukrainische Darstellung wurde dann von allen deutschen Leitmedien inklusive der Tagesschau sowie Außenministerin Baerbock ohne jede Distanz als Fakt wiedergegeben Doch eine umfassende Recherche der New York Times kommt jetzt zum Schluss Es handelte sich um eine ukrainische Rakete Ein Lehrstück über die unkritische Übernahme von Kriegspropaganda 16 Tote bei russischem Angriff auf Marktplatz titelte die Tagesschau am 7. September und führte dann weiter aus Mitten in einem belebten Viertel der ostukrainischen Stadt Kostin Zinjivka sind bei schwerem russischen Beschuss mindestens 16 Menschen getötet worden Kurz zuvor war US-Außenminister Blinken in Kiew eingetroffen Die bundesdeutsche Außenministerin twitterte Der brutale Angriff auf unschuldige Menschen, die friedlich auf einem Markt einkaufen, verdeutlicht Dieser russische Angriffskrieg ist ein Angriff auf das Völkerrecht, auf die Menschlichkeit Auffällig ist hier insbesondere, dass sowohl die Tagesschau als auch die deutsche Chefdiplomatin völlig darauf verzichten Auch nur den Hauch einer sprachlichen Distanz und sei es nur die Formel laut ukrainischer Darstellung, ihren Äußerungen beizumischen Auch der sonst fast obligatorische Verweis, man könne die Berichte nicht unabhängig verifizieren, fehlt diesmal völlig Alles ist im Indikativ gehalten Der Russe hat einen brutalen Angriff auf unschuldige Menschen durchgeführt Fertig, aus, vorbei Doch im Gegensatz zur ARD, die über ein Jahresbudget von über 7 Milliarden Euro verfügt War es die New York Times Jahresbudget rund 2 Milliarden US-Dollar Die es nicht dabei beließ, unkritisch Sprechzettel aus dem ukrainischen Präsidialamt wiederzugeben Sondern diese Darstellung von Kiewer Seite infrage stellte Vor Ort Zeugen befragte, Videos und Satellitenbilder auswertete So wie Beweismaterial wie Raketensplitter analysieren ließ Nichts, was eine öffentlich-rechtliche Anstalt wie die ARD nicht auch hätte leisten können Das Ergebnis der umfassenden Recherche hat es in sich Unter dem Titel Beweise legen nahe, dass ukrainische Rakete die Markt-Tragödie verursacht hat Liegt die New York Times unter anderem da Die von der New York Times gesammelten und analysierten Beweise Darunter Raketensplitter, Satellitenbilder, Zeugenaussagen und Beiträge in den sozialen Medien Deuten jedoch stark darauf hin, dass der katastrophale Einschlag das Ergebnis einer fehlgeleiteten ukrainischen Luftabwehrrakete war Die von einem Bug-Raketensystem abgefeuert wurde Weiter führt die Times aus Zitat Ende Auf dieser Grundlage wurden unter anderem Videoaufnahmen ausgewertet Mit dem Ergebnis Erneut Zitat Aufnahmen von Sicherheitskameras zeigen, dass die Rakete aus Richtung des ukrainisch kontrollierten Gebiets in Kostje-Sinjivka einschlug Und nicht von hinter den russischen Linien Der Gefechtskopf der Rakete detoniert kurz vor dem Einschlag einige Meter über dem Boden Und schleudert Metallfragmente nach außen Der daraus resultierende Krater und die Schäden, die sich vom Detonationspunkt aus erstrecken Passend zu einer Rakete, die aus nordwestlicher Richtung kam, so ein Sprengstoffexperte und eine Analyse der Times Zitat Ende Dann wird in dem New York Times Artikel auf weitere Beweise verwiesen Weitere Beweise zeigen, dass das ukrainische Militär wenige Minuten vor dem Angriff Zwei Bodenluftraketen von der Stadt Druzzioka, zehn Meilen nordwestlich von Kostje-Sinjivka In Richtung der russischen Frontlinie abfeuerte Reporter der Times befanden sich in Druzzioka Als sie um 14 Uhr den Abschuss einer Rakete hörten, dem wenige Minuten später eine zweite folgte Zufällig nahm ein Mitglied des Teams den ersten Abschuss in einer Sprachnachricht auf Der Zeitpunkt dieser Abschüsse stimmt mit dem Zeitrahmen der Rakete überein, die um 14 Uhr auf dem Markt in Kostje-Sinjivka einschlug Zitat Ende Danach werden noch zahlreiche befragte Zeugen, Zivilisten wie Soldaten zitiert, die diese Darstellung bestätigen Ebenso wie zwei unabhängige militärische Bombenentschärfungsexperten, die anonym bleiben wollen, um offen sprechen zu können Es stellt sich vor dem Hintergrund dieser Recherche die Frage, wieso ausgerechnet deutsche Journalisten und Spitzenpolitiker diese Tendenz haben In der Situation einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Ukraine und Russland In der man keiner Seite, weder der Angreifenden noch der Verteidigenden, vertrauen kann So extrem einseitig und unhinterfragt Informationen in einer Kriegspartei wiederzugeben Informationen wohlgemerkt, die man zu diesem Zeitpunkt unter keinen Umständen verifizieren konnte Egal wie man es dreht und wendet, die Berichterstattung der Tagesschau und die Erklärung Baerbock sind Zeugnisse eines anhaltenden medialen und diplomatischen Fondpaas Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte